Ich mache eine Reise durch das Weinjahr und lade dich dazu ein, mich dabei zu begleiten. Das Projekt heißt Designwein. Wir kreieren einen Wein, wir designen einen Wein und das fängt an hier draußen im Weinberg und hört dann später auf im Keller. Lass uns zusammen auf die Reise gehen und einzelne Stationen, was es im Weinberg zu tun gibt, zu durchleben. Ich zeige dir, was ein Winzer tatsächlich im Weinberg draußen macht und dann später aber auch der Kellermeister im Keller. Ich freue mich darauf, wenn du dabei sein wirst. Dein Winzer und Weincoach Stefan. Bis bald. Ciao.